Sooo, hallo und willkommen! Wir gehen in das Tor hinein, wo wir die Seele aus Stahl verwendet haben. Kurz umgucken, hier hinten ist was. Der Totenkopf, das wird wahrscheinlich... ja! Heimauftrag 2, unberührbar, besiegen Sie alle Gegner ohne selbst Schaden zu nehmen. Ahhhh, schade. Noch mal, noch mal. Ja, wir wissen es schon. So, einmal machen wir es noch. Ich bin immer ein bisschen zu ungestüm. Ohhhhhhhh! Egal, wie lassen wir das mal liegen? So Nein Oh So, aktivieren, 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 komm, komm, komm So, sehr gut Und diesmal Fliegen wir da nicht runter, ja Nein Traust dich nicht So Ah, wir sind schon ein gutes Stück höher gekommen Oh ja Gut, da ist nichts mehr 3900, wir kaufen uns nichts Raum des Feuerturmwächters Schau Bruder, unser Guest ist Sya. Sya? Was ist Sya? Sya ist, wenn... Enough already! Wie lange werden Sie so weitergehen? In case Sie nicht die Hände, ich will es sagen. Ihr Guest. Wird es durch. Got es? Unsere Arbeit hier ist, wenn Sie fahren, ist es cool. Das ist richtig. Wir können nicht, dass Sie passen. So, die haben ihre Köpfe auf dem Schwert dann. Woo! Oh, das war Soft Suck. Ah, keine Zeit, verdammt noch mal. Oh, ha! Oh, ha! Es ist vorbei! Ich bin wohl so frei. I have smarto missed pj. Oh, ja. Wow. Was ist der Ufa? Du bist der Ufa. Oh, ja. 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 Oh, ja.